Ein anderes bekanntes weibliches Gesicht in der Politik ist Franziska Giffey. Bei Franziska Giffey denke ich immer, was macht Maite Kelly da? Nein, es ist Franziska Giffey und die ist ja Bürgermeisterin in Berlin, von Berlin, unter Berlin, an Berlin. Und die hat sich auf die Straße begeben, um in den Bürgerdialog zu treten und da kam sehr viel Wahrheit ans Licht. Ja, ich habe Willy Brandt gesehen, Klaus Wobereit, Herrn Müller und Herrn Diebken. Jetzt die erste Frau mit Franziska Giffey. Die erste Frau, ja, genau. Aber da haben wir uns dran gewöhnt, dass die Frauen überall mitmischen. Ja, ja, ja.